Kampf beginnen! Und dann wollen wir gleich die Abwehrbrecher-Fähigkeit mäßig mal einsetzen. Ja? Mit wem kämpfe ich gegen wen? Danke! Wie, hat er keine Unterstützung? Ja, nicely habe ich hier. Unterstützung hat er nicht. Oh, muss ich gegen beide einzeln kämpfen? Kunst des Tauschen sechsmal erfolgreich. Kauka zuvor! Lantra ist ein wirklich ein Erachter. Jeden béuge Sie die Aufnahme. Hääbü... Und dann, fuhm... Dann sehen Sie, der alle dann aus der Klocke, so mit der Klocke... Geh! Das McGurr! Es wurdeicus erinnatet! Schreibern-Fähigkeit, Schreibern-Fähigkeit, BAM 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 Sorry, ich kann sich aber dafür schnell zu Ende bringen hier Und jetzt wollen wir da mal ein bisschen drauf rumhalten BAM 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 Nein, jetzt hat er nicht Schnell reagieren Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich schon das Ding aktiviert habe, du motherfucking motherfucker BAM 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 Feierabend Ich bin ganz gut unter Kontrolle, da war der Itachi Ich bin ganz gut unter Kontrolle, da war der Itachi Ich bin ganz gut unter Kontrolle, da war der Itachi Wir haben ja kein ultimatives Suzu hier bei dem hier Von daher auch nicht machbar Und... Was? Ach komm schon, 100 fucking Punkte Itachi Wiederbelebung Neuer Charakter jetzt, nutzbar Aber dieser Itachi war echt Hardcore, Alter, ohne Witz Setze Hilfe nicht wahres ein, sondern gut überlegt ein Zum Beispiel ist es wirkungsvoll, Hilfe einzusetzen, um sicherzustellen, dass du... Kein Aids bekommst Keine Ahnung Irgendwie sowas 98% Weniger Sorgen um die Stärke Erwarren verschafft zwar einen mächtigen Schub, ist aber nicht... Ihnen noch eine nächste 100% Sie sind Sie sind 18% Sie sind Sie sind Sie sind Ihre Sie sind die Sie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Ja, ich auch. Los geht's, Naruto! Das hier... Müssen wir ein bisschen auffüllen hier. Diese Schneidrendpille brauche ich nicht auffüllen. 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 Und das ist so... Ja, ne? Machen wir mal so. Kampfbeginn. La, wie mein Gater liegt. Der Kopf grad voll über der Kante drüber. Voll nach unten baumeln. Und pennt. Jawalski! Tachi auf unserer Seite, Alter! Das kann man ja nur hier wenden. Ja, man nur! Wie kann man nur! Über 60! Wirklich verarschen! Auf sich zu bewegen, dann kann ich es auch machen! Kein Problem, Digga! Und dann werde ich es schon... Deißeln! So, dann kann man her, warte mal. Mein Papa, hier! Scheiße! Ich hätte doch lieber ein Leben holen sollen dafür! Oh, das war knapp! Oh, das war knapp! Komm schon! Ja! Geschafft, Digga! Es war knapp gut! Damit er endlich in Ruhe leben kann! In Ruhe Frieden kann! Ruhe leben! Ninja-Welt, Zeit, Leistung, Zeit erhalten! Boom! Es ran, Digga! Endlich! Du kannst jetzt höherwertige Ninja-Werkzeuge einstellen! Nagato, Wiederbelebung! Neuer Charakter, jetzt nutzbar! Boah! Freue ich mich ja schon ein bisschen! So minimal freue ich mich! Ja, letzte Hilfe nicht wahllos ein! Das hatten wir schon! Zulässig zum Erwachen, dass alle möglichen Fähigkeiten steigert, gibt es auch noch Varianten zur deutlichen Veränderung von Formen oder Aktionen! Okay, das wusste ich nun nicht! Wir sorgen um die Stärke! Erwachen verschafft zwar einen mächtigen Schub, aber kann dir auch ganz schnell Aids verschaffen! Ja! 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 Ja!